Ja. Das kann ich machen. Nein, die Hotels sind nicht so voll. Wegen der Brände. Strand ist auch ziemlich leer. Wollte ich bestimmt noch was finden. Hast du das Ende schon gelesen? Ja, hat mir sehr gefallen. Und dieser Lars, die neue Figur, der gibt den Ganzen irgendwie noch so ... Ja, klar, können wir auch hier. Laube zum Arbeiten, da können wir gut. Und der Titel? Was sagst du zum Titel? Ja, klar, klar, verstehe. Ja, dann melde ich mich einfach, wenn ich was gefunden habe. Guck mal, da ist er. Gut. Ciao. Leon? Hi, ich bin David. Hi. Ich hab dich heute am Strand gesehen. Ja, ich dich auch. Ja, du hast geschlafen, der ... Felix hat dich zugedeckt. Du musst echt aufpassen, ne? Die Unisonne, die hat's in sich. Felix hat mir erzählt, dass du Schriftsteller bist. Ich soll dir sagen, dass es Essen gibt. Ja, ich komm gleich. Danke. Ja, danke. Ja ... Vielen Dank.